Der 4. März vor Knebel des Grauens. Tja, ist genau das gleiche wie das ganze Wochenende. Es lässt nicht nach. So, wenn wir unseren blauen Wasserdampf sehen, ich sag ja, gestern haben wir braunen und schwarzen gehabt. Bisschen Explosionen, aber wie gesagt, die Techniker sind noch nicht vor Ort. Da unten kann man noch nichts sehen, wer weiß, ob sie heute überhaupt kommen. Tja, heute morgen 17 Grad, geht eigentlich ganz gemütlich. So, jetzt könnt ihr sehen, jetzt geht die Sonne ein bisschen weg, jetzt kann man den Rauch auch besser sehen. Und so ist das eigentlich tagtäglich. Die Dödels von der Serviceherme, die stellen sich immer auf die andere Straßenseite vom Schornstein und gucken dann, ob es mehr oder weniger raucht, anstatt sich mal gegen das Licht zu stellen. Aber naja, gut, es ist so. Ich wünsche euch was.